Da sind wir wieder. Servus. Hi. Oder auch nicht. Nein? Ja, das... Ich fand den Anfang gut. Okay. Ich bin da frei und flexibel, ja? Wir sind so professionell, unprofessionell. Hallo Leute, Sanktum. Was geht? Also nochmal in die Wildnis. Wir hatten das ja fast. Ach ja. Ja. Fällt mir ein. Wir hatten das Ding ja eigentlich schon. Ja. Aber jetzt wissen wir wenigstens, wie man es richtig macht. Von vorne herein. Ach ja, wie haben wir das denn gemacht? Äh, mit Käse ohne Wurst. Genau. Ach so. Dunkeln Carbonhagen nochmal. Okay. Weil ein gewisser Zuschauer meinte, dass die weißen Schatten drauf jetzt einfach nur bescheiden aussehen. Ja, das stimmt. Wir haben Zuschauer? Ja. Wow. Ich hätte nicht gedacht, dass sich diesen Kram wirklich mal anschaut. Hi. Also einer sieht Kolosseum, das weiß ich. Der andere... Ja, das weiß ich auch. ... sieht unter Umständen Sanktum. Beziehungsweise hat er mir gesagt, er wollte mal reinschauen, ob das was für ihn ist. Und wenn ja, wird sich auf jeden Fall zu ändern sehen. Also, ich nehme das mal als Ja, weil diese Person nicht wirklich willensstark ist. Nein, ich beleidige ihn grad nicht in der Aufnahme, die er sehen wird. Doch, tust du eigentlich. Vor allem kann ich mir sogar fast denken, von dem du redest. Bezweifle ich. Bezweifle ich auch. So. Wer hat eigentlich die Klötzer? Ja. Keiner mehr. Keiner mehr. Die stehen alle schon. Okay. Wollen wir noch irgendwas aufbauen? Ja, da hinten steht ein Ding, das brauchen wir noch 10. Kanone. Perfect. Einfach weil's geht. Ich will einen Kanonenturm hier hinsetzen. Raketenturm, tut mir leid. Ey. Ich hab dich in der Luft getroffen. Ja, ich seh's. Der Pfeil schwebt vor mir. Schwebte. Ignoriert mich einfach. Ja, du wie. Nee, wir brauchen noch keinen Raketenturm. Zu spät. Nicht zu spät. Dann baue ich jetzt gleich wieder ab. Wirst du nicht. Also. Leid doch lieber die Türme hier auf. Das würde viel mehr Sinn machen. Oder Phoenix Hack 2. Und exakt 7. Ich weiß. Legst es irgendwie drauf an. Ganz leicht und dezent. Guck mal, passt exakt. Wo rein? Ach da. Die Harfe. Das war's. Voll machen bitte. Mach selbst. Auch gut. Ich zieh mir nichts. Auf geht's! Auf geht's! Ach, richtig, richtig. Katapultiert. Ja, wui. Wie gut, dass es keinen Fallschank gibt. So, jetzt wieder alles abbauen. Und dann darüber. Tschüss. Hab ich geklaut. Hey, Sam. Machen wir es genauso wie letztes Mal, oder? Das hat gut geklappt. Ja, hat gut geklappt, doch. Aber nicht gut genug. Doch, doch, eigentlich nicht. Wir haben aber verloren. Ja, sitz. Oh ja, das macht Sinn. Wieso wegen mir? Übrigens. Können wir das nicht theoretisch eins weiter nach hinten platzieren? Haben wir nämlich mehr Platz. Ihr kennt ein bisschen mehr zum Arbeiten hier. Was? Ich hab ihm grad die ganzen Plattformen gegeben. Ach so. Ihr kennt mehr zum Arbeiten, das heißt, ich hab ihm die Plattformen gegeben. Ja. Nicht logisch genug. Nicht logisch genug. Nicht logisch genug, nein. Ach, da sind die Minen noch. Die darfst du mal eigentlich durch die Gegend tragen. Ja, wo da sind die Minen? Ich hab hier grad zwei Minen und den Rest kannst du zusammensammeln. Du suchst ja so gerne Sachen. Ja, was? Secrets, 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 Secrets! Und so. WTF? Secrets suche ich nur, wenn ich noch von Secrets weiß. Was willst du? Plattform. These will work nicely. Ja. Eigentlich nö. Eigentlich doch. Eigentlich da. Ne? Macht wieder so viel Sinn. Na obwohl. Ja, doch macht Sinn. Ähm. So, dann können wir nichts drum hier die Trennchen weiter aufbauen. So, dann bauen wir hier einen Slower. Gut. Ich hab mal überlegt, dass diese Steuerlaser eigentlich eher hinten mehr Sinn machen, weil der nicht steuern kann. Die schießen ja auf alles, was sich bewegt. Hey. Die sind praktisch da nicht hier, wo nicht mehr so viel übrig ist und die nicht eher Munition für die starken Sachen verschwenden. Ach, die kann man nicht einschleiden? Ja. Okay. Deswegen sind die so viel billiger. Okay, dann vielleicht hier einen Blitz oder so oder ACP. Brauche ich hier Geld für. Äh, ja. Ja. Der jemand der ganz viel Geld hat sitzt da oben. Bobby. Gib mir Geld. Tja, verdien dir Geld. He. Was soll ich denn machen? Für dich? Mhhh. Keine Ahnung. Labdance. Nein. Nein. Dann musst du mir Geld geben, wenn ich mich das anschauere. Warte. Ganz. 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 Ganz viel mehr als das. He. He. Scheiße. Er ist jetzt mal sozial, mir entweder das Geld zu geben oder selber vernünftige Türme zu bauen. Danke. Vielleicht noch ein bisschen was mehr? Das sieht doch scheiße aus. Ja, wenn du wegrennst, kann ich dir einfach auch, ne, wenn der mich nicht helft. Dürf es auch was mehr sein? Also, also ich würde auch gern noch Geld haben. Nur noch 800. Ja, dann gibt Markus noch ein bisschen was. Ich baue ja vielleicht, ich habe eigentlich auch noch selber was gehabt, vorher gehabt zu bauen nebenbei. Und ich habe nur einen Turm gebaut. Ich habe nur gar keinen gebaut. Hm. Ach, ihr könnt mich mal, ihr baut das jetzt alles alleine. Ich gehe nur noch rum und schieße Gegner ab. Ihr? Du meinst Simon. Du hast Simon alles Geld gegeben. Ja, ja. Wärst du in meiner Nähe gestanden, gerade in meiner Sichtweite, hättest du das zurückgekriegt. Ich war neben dir gestanden. Aber egal. Da hast du was. Ja, das war nicht in meiner Sichtweite, weil... Ja. Und ne Gauss. Du hast mir noch nicht mal genug Geld für ne Gauss, oder? Doch. Doch. Ich dachte, das wäre 300 gewesen. 300 sind die Upgrades. Die kostet 200. Aber wieso haben wir in der zweiten Runde schon über 1000? Das ist irgendwie befremdlich. Na gut. Weil wir alles wieder abgebaut haben. Ach richtig, die waren voll off the grade. Ja, da war was. Ähm, vielleicht einen Kanonenturm, einen simplen? Jo. Jo. Darfst du auch werden. Ich überleg erstmal, was wir sonst noch brauchen. Du dürftest theoretisch einen deiner gewählten Raketenturne bauen. Ich hab kein Geld mehr. Ich auch nicht. Jetzt schon. Wohin denn? Wohin denn? Äh... Wir so. Da, wo du gerade stehst. Genau. Also dahin. Gut. Eigentlich nicht, aber gut, was soll's. Ja, hier. Och, ja. Ja, das ist so die Feinabstimmung. Die Kanone braucht auch nur noch 49. Ja. Auf 2. Sehr gut. Mal vielleicht Blitzturm, ne? Ja. Einmal noch Geld. Der reicht gerade so noch, ne? Hm. Hm. Ist mein Kobi noch ein Zeug? Jo. Genau. Diese hab ich so ne kommende Zahl. 80? Weiß ich nicht. Wegen dem, äh... 78 nebenbei. 78? Bei mir steht 80 bei dir. Mir steht 78. Ja. Hm. Zinkfehler. Ja. Pack dir einfach mal alle hier rein. Fängt schon mal gut an. Wie viel hab ich jetzt noch? Da sind jetzt 85 drin gelandet. Ja. Wie viel hab ich jetzt noch bei euch stehen? Null. Null. Gut. Bummisch. Finde ich auch. 78 minus 78 ergibt 85. Ja. Cool, ne? Ja. Ja. Also war es vielleicht doch nicht ganz meine Schuld, dass das letzte des Mal abgestürzt ist. Mir hab jetzt einfach von irgendwie ein bisschen was verglitscht. Bug. Wollen wir mal einen Unterschied dazwischen? Unmöglich. Kannst du mal erklären, Markus? Werden wir jetzt hier die Gegner bitte kämpfen. Und dann? Let's go! Wie? Was? Unterschied zwischen Glitch und Bug, oder? Jo. Äh... Glitch ist eher die Ausnutzung von den Bug. Ja. Was wäre ich das, äh... Denke... Ist doch Glitch eigentlich eher sowas Grafisches. Ehh... Nicht unbedingt. Grafisch und, äh... Sound her. Bug ist wirklich ein... Schwert vor mir fehlt der das Spiel beeinflusst. Bug ist... Der muss nicht schwer sein. Der kann auch ganz wahnsinnig sein. Ja, halt irgendwas was durch im Code drin ist in das Spielgeschehen, meine ich. Ist Lust, was meine ich damit? Yay. So, jetzt kommen die anderen wieder. Ach, Zeitlimit übrigens, ne? Ja, schnell das andere Ding dazu bauen. Sonst haben wir noch diese schnellen. Ja. Danke. Kein Problem. Macht's gern. Ich glaub's gar nicht wie gern. Gatling wär gut, aber ich hab grad... Ihr habt selber eine Gatling, glaub ich, irgendwo, oder? Passiv-aggressiv. Ich hab mein Streuliser, das ist ja wahrscheinlich der Link. Gibt sich auch irgendwie. Nein, gerade passt keine Gauss. Ich geh ab alle, die durchkommen. Ich geh wieder zurück zu den 2 Bahnen. Ja. Ja, geh ich da auch hin. Jawohl, stimmt. Wenn ihr eigentlich... Ja, die fangen früher an. Ich steck den Boden fest. Ich steck den Boden fest. Jetzt komm ich hier gar nicht mehr hin, wenn die das geht. Die anderen starten. Wieder zurück. Ja. Ich bleib hier. Kann ich da auch erstmal hin. Komm ich gleich nach. Kann's gern noch irgendwo drüber gehen. Ich sag, wenn's kritisch wird. Okay. Ich mein, ich krieg hier ja eh nichts mehr ab, also. Bin ja schon unterwegs. Ich bin ja eh schon alle hier. Ich bin ja schon da. Die sind alle schon da. Ja. Sehr kritisch. Nee, nicht kritisch. Die gehen alle auf mich. Alles noch. Im Rahmen. Ja. Die haben wir gut gemacht. Hm? Ja. Spucke. 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 Hier hinten soll vielleicht noch ein bisschen was hin. Kann ich, kann ich hier, da wo du gerade stehst, hier gerade hier mal meinen, ähm, Dings-Turm hinpacken? Minenturm. Mhm. Weil ich mein, hier in die Ecke macht eh sonst kaum wirklich was hin. Ja. Ja. Da, wenn du recht. Und wir haben gelernt, die Minen sind gerade in der Flam-App ziemlich wichtig. Ja. Wieso habe ich Schaden davon bekommen, indem ich daneben stand? Keine Ahnung. Ähm, weil es eine Druckwelle gibt, wenn der auf den Boden knommt. Oh. Ach Sinn, ne? Ja, alles so halb aufgerüstet. Passt. Na wohl, äh, Corey, du könntest noch rüberkommen, hier ist noch 85, das könnte man noch vollkriegen. Okay, wo? Wenn der Kram hier, da wird ja eh demnächst abgebaut. Der. Ach. Sorry. Mich auch. Ich hab noch 80, ich hab noch zwei Plattformen. Äh, unten sind zwei Spucker, mit denen kann ich recht gut klarkommen wahrscheinlich. Sechs davon und nochmal davon. Ich brauch hier oben was weiter, ne? Äh, oben. Was sehe ich? Theoretisch. War grün, ja. Eigentlich brauchen wir jetzt die Ecke hier nicht mehr, ne? Theoretisch nicht mehr, ne? Warte mal, welche? Ich hab die Ecke hier rausgenommen. Weißt du, wir sollten den Weg verlängern? Ja, das können wir machen, wenn wir genug Plattformen haben. Das stimmt. Ja. Ich mein, rein theoretisch, nächste Runde haben wir genug Plattformen. Ja, und dann machen wir das in der nächsten Runde. Jo, dann machen wir das in der nächsten Runde. Frage, Simon, willst du dich hier zu den 12 hinstellen, oder soll ich was tun? Ach, versuche ich mich mal ran. Weil ich mein, du hältst das ein bisschen mehr aus. Dann liegt so ein Rechtslaufen und dann kannst du eigentlich mit deinem, mit der Dings gute Schaden drin machen. Dann versuche ich mich diesmal daran mit Markus hier oben zu verteidigen. Jo. Ich geh hier in die Ecke, ne? Also ich geh nach unten. Okay, ja, ich bin dabei hier, weil die spawnen rechts immer, äh, die spawnen links immer viel später. Ach ja, dann kann ich ja auch erst. Ach ja, dann kann ich ja auch erst. Okay. 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 Okay, ich bin dran. Okay, call that. Was der... Okay. Hier scheint alles klar zu sein. Zu dir kommen welche drüben fahren. Ich merk's, die stehen alle in mir drin. Komm schon, ja. Passt schon. Spuckert reichen irgendwie so wie ein runterfahrender Transformator. Wie du einfach grad in einem Leben nur noch hattest, ne? Das ich, ja. Ja.